Ja, mein Name ist Sascha Rabe und wenn du heute unterwegs bist in einer Bank oder bei einer Versicherungsgesellschaft oder im Finanzvertrieb und du hast das Gefühl, dass du die letzten 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre lang dir ein immenses Wissen aufgebaut hast, was heute gar nicht mehr so relevant ist, dann lass dir sagen, bei mir ist es relevant. Und komm in mein Unternehmen, weil bei uns ist es so, dass die erfahrenen Berater junge Berufseinsteiger unterstützen, denen helfen, die coachen, sodass sie selber Erfahrungen sammeln in dem Business und dafür werden beide gut entlohnt, sowohl die Berufseinsteiger als auch die erfahrenen Berater. Also wenn du ein erfahrener Berater bist und dein Know-how, deine Erfahrung monetarisieren möchtest, dann ruf mich an, dann schreib mich an.